Stark Alter ich hab sogar noch den letzten Röhrensprung übersprungen weil ich so ein krasser Typ bin ja Weil du es kannst ja du bist ja Alter vorm Punkt ist das dein Ernst Das war nicht vorm Punkt das war vorm Punkt ich muss die Röhrensprünge nochmal machen Und herzlich Willkommen zu einer weiteren Runde Let's go GTA 5 online together heute zusammen mit der Level Asian und den neuen Arena Car Boah was auch immer kackteilen wir starten auf jeden Fall mit diesem komischen neuen Auto Ach der ist gar nicht komisch mit dem Wallride fahren ist geil Ja mit dabei ist auf jeden Fall der Marcel Wie ihr gerade gehört habt der hat sich schonmal äh 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 begrüßt Oh Gott Platz daaaah Nice to white mani Ja ich auch bin direkt hinter dir Ja Leute Ist das ja echt gut geworden Mir gefällt es sich wirklich richtig gut ich hab mit dem vorne eine Wallride Karte Also ne Karte Oh Gott bei dem wir am Wallride fahren musst du mit dem gefahren der fährt sich tatsächlich richtig geil am Wallride Aber es gibt keinen besseren als den ich war schon wieder zu schnell der der das das ist unbestritten Jetzt war ich zu langsam Ahhhhh Ist das dein Ernst Ja Nein Doch Oh Oh Ich hab's Freu dich Mali Applaus Applaus für Mali Ja Uh 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 Die Menge schreit und jubelt Oh Nein Nein Mist Mist Nein Nein Dein Leben gesprungen Hahaha Mali warum Oh 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 Das ist ja nicht dein Ernst oder? Was? Hast du eine Ernst mich hingelegt? Nö Weil ihr biebst doch du bieber Du Pümmel Ja ich hab einen Nein ich hab keine Ahnung mehr reingelegt nein Hab ich nicht nein Hab ich nicht Nein Kann ja nicht sein du Pümmel Hab ich nicht gelegt Hahahaha Oh nein nein zu weit Und tschüss Mali ich habe ein auto verloren das ist sehr traurig nein ja ich finde es wieder mal fahrein sie nicht aber fahrein ziehen und ich bin noch gefahren ich bin weg super mal hier war ja das war aber nein aber ja aber nein aber ja aber nein ich hab gar nichts gesagt die aufpassen musste man aufpassen was ist das was ist das ja ja niemand vorher wende hinzustellen schlecht doch schlecht war richtig stark wie viele punkte aber eigentlich auch gar nicht geschaut bis jetzt 12 ich habe schon wieder verkauft kommt man das konkurren sprünge so happy ich schaffe nur die komikare einmal die folgte auch wenn er später sieht aber erfreut sich ja irgendwann sich wenn man benachrichtigung bekommt du bist so ein lappen von auto ich bin zu blöd auf die spirale aufzufahren der rockstar was jetzt vorhin gesagt bei der anderen das regnet doch dass der regen jetzt regnet aber nicht ich hab's ich bin hat der junge junge er müsste vor der hat der hund ich bin 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 daneben ist das dein fucking ernst das nein nein stimmt ja klar die tür steht offen auf dem fahrer sich war bereits in die beifahrer seit anhalt statt ich hab sogar noch den letzten röhren sprung übersprungen weil ich so ein krasser typ bin ja weil du es kannst du bist der alter vorm punkt ist das dein ernst das war nicht vom punkt und das war vorm punkt ich muss die röhren springe noch mal machen nein musst du gar nicht doch nein wenn wir sagen wenn es wirklich vom punkt war ich sehe dann die aufnahmen dann geht mir nicht leid weil du hast ja vorhin auch mich geht heute also das ist ein geben oder nehmen mal über die sagen wir sagen mal jeder der punkt und das ziel und in anhalten vorjahr oder ist der punkt da ist der punkt schlecht nein normal steckt ja ich befürchte ich bin falsch gesprungen muss wie es bogen du hast mich warten ich muss auch vom boden ja aber du musst in den bausteller in den bausteller mein gott alter ich stelle mich an kommt das auto da tatsächlich hoch ja das ist richtig stark du kriegst mich nicht 0 0 0 0 hält aber jetzt habe ich aber auch wirklich alles mit dem ich noch mein passende aufkommen fahren kann wir sind wie ich sagst duvable found brain und ein ich bin ganz offiziell viel zu weit und das war dumm du bist so ein pügel junge ich habe ein pügel aber was ist los mit dir das ist mein kind aus dem spiel ja ich wäre auch gerne noch ins ziel gekommen und er scheint einfach aus dem auto aus der gambler ja weil ich kann halt ne ist so schnell und der mani schafft es noch nicht mehr in das ziel reinzukommen das finde ich jetzt richtig in ordnung mensch ja hier genau was er ja leute nicht wundert der maligen stern mali ist wie sie der macht das muss man sein obwohl man selber gemacht hat es so passt auch genau und ja wie sagt man ab und daumen nach nicht vergessen ja und am ende die glocke noch aktivieren genau richtig und mehr anzeige die sich auch gerne freuen würden ja auch auf wieder marcel und auf wieder vor haut rein